Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu Episode 11 von Road2Pro in Fortnite. Gestern sind wir Zweiter geworden. Gucken wie es heute wird, denn wir haben heute wieder Verstärkung und zwar von Massi. Ja, aber es geht Leute, wir holen den Win heute. Und Zui ist natürlich auch am Starten. Das wird natürlich, wenn Massi dabei ist, natürlich wie immer der Tilted Towers Push. Ey, weißt du, wo wir gerade ausgestiegen sind, Massi? Da oben links bei Junk Junction, Digga. Da ist gar nichts gewesen. Boah, hier sind wieder so viele. Boah, das ist so krank. Mach wieder mal eine Taktik, Jungs. Ich glaube, ich geh in die Garage. Nehm ich mir diese Scheißwaffe hin, ne? Ich geh direkt raus. L-Haus? Ja, ja, L-Haus. Ich nehm mal die Pistole. Ich bin zu arrogant für die Pistole. Dann sag ich, ich geh so arrogant alleine in die Garage jetzt. Gib mir den Scheiß Trank. Mach nicht mal, Digga. Oh, ne Kiste, jetzt geht mir direkt. Oh mein Gott, Digga. Danke, blaue AR und zwei Tränke. Ich hab 100 Trank voll, ne? Nice. Was soll ich einem von euch geben, den anderen? Ich hab einen 50er. Ja, warte mal, Massi, ich geb dir dann. Rüber, ich komm rüber. Ich hab, Digga, ich bin so behindert. Ich trink den Trank. Und in der letzten, bei 0,1 wechsle ich die Waffe. Warte, ich leg ihn hier oben hin. Warte, warte. Ich hab auch noch einen Trank, Digga. Hast du Minishieldis oder Big, Sweezy? Big. Okay. Hast du gesehen, Massi? Noch einen Trank. Äh, nee. Da oben. Noch einen Trank. So, den Trank hab ich, ja, ja. Warte, hier sind Schritte. Ja, hier, hier, bei mir. Er ist, der kommt, oh, ach so, kommt der hoch? Der ist hier, ich höre ihn, der ist uns. Ist hier bei mir? Big. Warte, warte. Hab ihn, hab ihn. Warte, warte, warte. Das sind die anderen. So ein Mate. Wie du ihn hin geschlachtet hast. Ey, ich hab zwei normale. Hast du Minishieldis gegeben? Ja, gib mir, gib mir. Ich hab noch diesen anderen da, Digga. Schlöfi, ja, den brauch ich auch. Aber nicht den normalen Schlöfi, sondern den größeren. Mal irgendwas, ich hab mich verbänden. Ich hab mich verbänden. Okay, hier ist auf der Street Schießerei, Digga, wie in Harlem, New York. Verbänden, Sweezy nicht, oder? Nee, nee. Weil du? Nee, gar nicht. Ich hab noch nichts außer der blauen AR. Da ist ein Trank gegenüber, ein großer Trank. Großer Trank? Kommt zu mir? War eigentlich nicht Verbände oder Verbände, Digga? Kleine deutsche Unterrichtsstunde. Verbände. Hier. Wo ich jetzt bin, wo der blaue Punkt ist. Da ist ein großer Trank. Warte, ich komme. Der ist jetzt soweit weg, warte. Ja, ich seh ihn. Hier sind so viele Gegner neben mir. Hier ist noch eine blaue ARs auch hier, Masi. Ja, okay. Warte, ich komme hier. Ey, warte, Gegner. Ja. Gegner, Gegner. Ist im Nahkampf normaler Shotgun oder blaue AR besser? Aber normaler Shotgun halt, ne? Ja, Shotgun ist safe. Wenn du einmal triffst, Digga, die zieht so heftig viel. Und rechts von uns, oder? Ja, rechts, rechts, rechts. Lass Marcel vorschicken den Dark Knight, damit die gleich wegrennen. Ah, da, 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 um die Ecke, warte. Rechts oder links? Ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Habe ihn 84er-Hit gegeben. Warte, was ich gebe. Hier ist noch ein Drang, Digga. Hier ist er. Habe ihn so innen ins Gesicht geschossen. Ja, warte, warte. Er ist rechts oben, rechts oben. Wo ist er? Er ist hier. Oh mein Gott. Ich muss hier schnell rein. Das ich noch lebe, ist ein Wunder. Jungs. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Ich hab sechs Leben. Oh mein Gott. Sauber. Digga, wir haben so viele Tränke. Ja, ich brauche sofort einen. Ich hab gar nichts, gar ein Leben, Digga. Nein, 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 nein. Hab ihn einen Hit gegeben, komm. Elf mir, Sweezy. Hab einen. Wo sind die? Nein, noch einer, einer. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Aber seine Mates leben noch. Seine Mates leben noch. Da kommt noch einer. Hab Sweezy. Ja, ich glaub hier kommt einer. Ich hab halt... Ich hör noch einen, ich hör noch einen. Ich hab Jocktrank. Warte. Ich bin unter den Dings hier. Hier ist einer noch. Hier ist beim Bus. Warte. Ich weiß nicht, wie diese Richtung heißt. Er ist so weak. Chill, chill. Hier sind zwei, hier sind zwei. Er ist so weak. Nein. Nein. Zwei sind da, zwei sind da. Einer ist totesweak. Wir legen dich erstmal wieder, Massi. Oh mein Gott, Massi, let's go. Bitte, Massi, komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo seid ihr alle? Ich heal euch. Chill, chill, chill. Hier oben, Digga. Oh mein Gott, Massi. Hier kommen Schüsse. Bitte, 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 bitte. Wir sind Dinosaurier. Komm, 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 komm. Ja, du lebst, du lebst, du lebst schonmal. Ja, ich lauf hoch, ich belebe mich schnell wieder. Rette du mich doch, Suisi. Ey, hier ist ein Medipack. Hier ist ein Medipack. Hier ist ein Medipack. Zwei, Massi, Massi, komm zu mir. Ich hab einen geholt. Ich hab kein Leben, ich hab kein Leben, Bro. Ich hab 9 HP. Wo ist Marcel? Hier oben. Hier ist auch ein Medipack. Hier liegt ein Medipack neben mir. Ich scheiß auf den, ich scheiß auf den. Ja, ja, scheiß auf den. Ich hab einen gekillt. Ich hab Marcel, ich hab Marcel. Medipack liegt hinter dir, Massi. Massi, über uns auf der Treppe liegen, sind zwei oder drei. Also ich hab einen gekillt. Also nicht komplett. Und da sind halt andere. Okay, warte kurz. Lass uns alle erstmal hochhellen, okay? Hier sind 15 Verbänder. Hat jemand noch einen Trank übrig? Ich hab vier. Ich hab vier Shieldies, Mini. Ich geb dir zwei, Marcel. Ja, ich brauch Verbänder und Alter sind hier. Warte, hier kommt jemand. Das war ein Misch-Idiot. Ey, die looten, warte. Ach der hier. Hier, hier, hier. Ich hab dich hier in die Shieldies abgelegt, ne? Down, down. Im Haus müssen die an, oder? Wo sind die anderen? Doch, hier. Den hab, den hab, den hab. Hey, was? Hey, noch einer. Nix, Nix. Nix. Woher? Wo? Von wo? Von wo? Ich check's auch nicht. Ich check's nicht. Ich glaub hier. Ich glaub von NW oder so. Ah, hinter uns. Andere Richtung, Massi. Warte, bau zu, bau zu. Warte, komm rein, warte, ich komm rein, Massi, warte. Können die gerne reinkommen? Ich müsste genau neben denen sein. Ja, jetzt kannst du... Hier, Suisi, komm hier, Suisi. Nein, Digga, ich bau's frei und jetzt kassier... Oh mein Gott. Warte, warte kurz. Hast du irgendwas zum Healen, Suisi? Ja, ich hab, ich hab, ich hab. Ich hab 14 Dings hier. Hast du Shotgun, Moni? Äh, ja, ja, da liegt doch ein Ball, Moni. Lass kurz hoch. Ja, Digga, die schießen hier so drauf. Ich geh kurz hoch. Ich geh ein Stock, ich geh hör, Digga. Ja, komm, ich komm mit. Ich komm mit zu euch. Ich geh ein paar paar Männer, wenn's geht. Ja, warte. Digga, was für'n Krieg ist das hier? Digga, wie viel Kills haben wir insgesamt, bitte? Ich hab nur einen. Ich hab, äh, vier, Digga. Wir haben elf Kills schon, Digga. Was machen wir hier, bitte? Das ist ganz pude Massaker hier in Tilted. Boah, Digga, was ist hier unten los, Digga? Wie viel Loot hier liegt? Ich bin doch unten im Haus, ne? Nee, aber ich brauch eigentlich... Ah, egal, passt. Eie, M4s, Mann, ich brauch ne Shot. Da unten liegt so viel, aber von wo schießen die, Digga? Von, ich glaub von... Hier in der Nähe, hier in der Nähe. Die bekriegen sie. Ich warte dann, lass kurz warten, oder? Die sollen das erstmal kurz machen. Wir haben genug gemacht hier in der Stadt, Digga. Ich war ne grüne Shotgun hin. Hier, ich hab die aufgenommen. Komm hoch, komm ganz hoch. Die Doppelläufige. Da oben bauen die grad, da oben bauen die grad. Also die Dings hier richtig starke, oder? Diese Doppelläufige. Jaja, hier ist die. Die bekriegen sich hier. Rechts aufm Dach, rechts aufm Dach. Warte, der ist runtergefallen. Er ist fast tot. Er ist so weak, er ist so totesweak bei N. Er ist so weak. Er ist runtergefallen und hat von mir noch zwei Hits gekriegt. Beim Öleimer, beim Öleimer. Ja, genau. Jungs, ich geh komplett hoch. Lass noch einer. Ja, ich komm mit komplett hoch. Lass komplett hoch gehen. N, okay, jetzt schau ich. Seh die nicht mehr N. Warte. Der Typ ist so weak, ne. Direkt unter uns, oder was? Hat jemand von euch AR, Muni? Wow, einer snipet auf mich. Geh weg, weg, weg. Wow, 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 ich hab so wenig Leben. Brauchst du AR, Muni? Nee, nee, ich hab genug. Marcel meinte doch irgendwas. Ey, Muni, lass runtergehen. Oh mein Gott. Ich bin hoch, ich bin... Aufm Berg, aufm Berg, aufm Berg. Ich bin tot, Suisi, hier. Ja, warte. Das Ding ist genau, wenn ich so liege, dann kannst du mich retten, ohne dass sie dich zerschlachten. Vielleicht hab ich so den Headshot. Gegner, komm, Gegner, komm. Hoch, oder was? Bei uns, bei uns, ja, ja. Ja, warte, 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 warte. Hast du was zum Heilen, Marcel? Nee, gar nicht. Ich hab zwei Verbände. Seite. Ich muss hier runter, Digga. Also Shotgun noch nie, Marcel, für mich. Drei, sieben Schuss, oder so, maximal. Warte, warte, Jungs, bei mir kommen die jetzt. Die Zone bewegt sich gleich, ne? Kann die doch nicht. Ah, zwei Minuten noch. Achso. Weil, ey, nur sechs Schuss sind ja... Wie sind die denn? Kann die Schuss geben, komm her, Suisi. Ja, komm her. Oh mein Gott, das ist echt... Welche Munition war das nochmal hier? Digga, ich hab nix sehen, dass ne Runde so intensiv anfängt. Perfekt, danke. Wo sind die? Ich hör die doch genau. Ja, ich hör sie auch die ganze Zeit. Ja, hier. Wo, wo? Unten oder oben? Seid ihr unten oder oben? Unten, unten. Ich hab nur drei Leben. Ich hab drei Leben, ich hab drei Leben. Ey, ne, 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 hoch, hoch, hoch. Ey, ich hab drei Leben, ich bin... Alles gut, alles gut. Achst du was zum Heilen, ne, oder? Ich hab nichts. Fuck. Ich bring jetzt hier runter einfach. Ich bin so lebender Toter, Digga. Es sind drei Leute. Der kommt hoch. Ah, der hat mich. Ja, die vernischen mich. Ab eins. Das waren viel zu viele, Mann. Da unten, da unten, Marcel. Warte, ich muss... Ah, ich... Nein, ich bin runtergefallen. Ich hab alle. Let's go, Sweezy. Oh mein Gott, Digga. Ebt ihr noch, Mann. Digga, das gibt's nicht. Das war so ne ganze Gang, Alter. Aber ich bin auch genauso runtergefallen wie ihr gerade. Und deswegen bin ich gestorben. Sonst wär ich noch am Leben. Boah, ich bin so im Rucksack. Das ist so geil. Mein Gott, wie viel Loot liegt hier. Sweezy. Ich muss hier kurz heilen gehen, Digga. Ist mir egal, was da ist. Warte mal, ich hab nen Jump Pad, ne. Heb das auf. Warte mal, Eben. Gas, 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 Marcel. Bist du ganz tot? Ja, ja, ich bin ganz tot. Ey, ich glaub, jetzt ist nichts mehr in der Stadt, Digga. Es geht ganz. Ey, jetzt ist nichts mehr. Warte, ich saug mir die ganze Munition erstmal rein. Ich würd sagen, Jungs, jetzt ist wirklich niemand mehr. Ihr macht das Experiment. Ihr müsst eh move'n. Nein, Digga. Haben wir nen Jump Pad? Ja, Marcel hat deinen. Ja, Marcel droppt das dann. Oder du kannst es selber gleich aufbauen. Ich gehöre mir erstmal so den Loot, Digga. Das ist hier die gute... Wir müssen ja viel Zeit machen, ne. Ja, das zeig ich ja. Deswegen lass Jump Pad machen. Wie weit müsst ihr überlaufen? Ja. Ja, warte, dann... Sehe nicht, wie weit ihr laufen müsst. Ja, warte. Ja, okay, wir brauchen das Jump Pad. Digga, ich hab kein Leben, fällt mir grad auf, ne. Ja, dann heil dich doch hoch. Warte, 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 ich muss... Hast du irgendwas zum Heilen? Digga, da liegen doch 1000 Verbände oder nicht? Ich liebe Sweezy, sagt auch Verbände ganze Zeit. Ich kann auch nicht Verbände sagen. Sweezy, fängst du schon mal an zu bauen, bitte? Ja, mach ich. Irgendso falsch. So, ähm... Ich hab jetzt abgeballert, weil der rast dich aus, Digga. Wenn ich jetzt runterfalle, dann töte ich mich. Nee, das reicht. Marcel, bitte komm, schnell. Nein, nein, nein. Achso, nein, ich schau nicht, ich hab gar nicht geschaut bei Sweezy. Mach die übergroße Treppe. Marcel, schnell. Ja, ich komm doch. Ja, die Zone hat schon angefangen, Digga. Ey, das sind direkt von uns ein Gegner. Wenn die jetzt drauf schießen, sind wir tot. Weißt du, wie du's machst? Warte, ich hab ne Falle in der Hand. Wie wechselt man das? Ähm, Pfeil nach oben. Naja, warte. Dann öffnet sich das Invertar und dann nimmst du das Jump. Ja, ich dropp das einfach. Okay, warte. Ist wie sie holt, schnell hast du. Du hast die Falle gedroppt. Okay, let's go. Brofter. Ja. Go ab in die Zone, Digga. Flieg die weiße Linie. Flieg die weiße Linie, genau. Ich mach den... Ey! Mach den Fall, Marcel. Du kommst noch nicht weit. Ich hab gejoked, Digga. Ich hab ihn falsch nicht geöffnet. Ja, ich hab ihn nicht geöffnet. Egal. Okay, egal. Rechts von uns war ein Gegner. Rechts von uns war ein Gegner. Ein bisschen hat's euch weitergebracht. Ja, auf jeden Fall, dass wir dann jetzt nicht totes... Ey, ich krieg gar kein Damage. Ihr schafft das. Perfekt. Alter, was da hinten gebaut wurde. Rechts von uns auch, Marcel, Gegner. Siehst du das? Die bauen da. Hinter uns. Ich bin da hinten Fort Knox bei Marcel nur. Ja, warte mal. Überall Gegner, Digga. Überall links, rechts. Wollen wir... Lass mal... Lass einfach da auf dieses Gebäude da. Auf diesem Scheißberg. Auf dem Berg? Ja, hinter uns sind auch Gegner. Lass uns einfach schnell hochbauen, Digga. Hinter uns kommen halt auch Bastarde, Digga. Bau schnell hoch. Oh, Marcel, Digga. Warte. Ich hab fast den Masti gemacht, Digga. Ich hab's gesehen, aber die Treppen kamen schon smooth. Ja, warte. Ich hab jetzt aber... Einfach Material switchen mit L2. Ja, ich hab mehr Stein als Holz. Ich weiß auch nicht warum. Warte, jetzt... Links ein Gegner? Ich hab Sniper, warte. Boah, links. So viele. Warte, aber hinter uns... Lass uns mal so'n Ding inspauen hier. Lass mal so'n Schutz-Ding inspauen. In Zimmerwohnung, ja, mach. Ja, so ist schon gut. Mach rechts normale Wand und links von die normale Wand. Okay, warte. Ja, genau so. Warte, Marcel, warte. Ja, das ist ne gute Taktik. Komm her, Marcel. Warte. Hier, zwei Schlörfis. Warte mal. Oh mein Gott. Muss bisschen vorhin schießen, wenn er läuft, Marcel. Hab ich, hab ich ja. Siehst du, wenn ich rein scoffe? Ich bin mehr Schlörfis, Digga. Ey, von hier kannst du auch eins snipen. Gönn dir die Schlörfis und von hier siehst du auch zwei Gegner. Warte, warte. Ey, Digga, die sind sogar abgelenkt, aber ich hab halt keinen Sniper, so. Von welcher Richtung soll ich snipen? Ja, wie rechts von uns oder... Ich weiß nicht. Überall sind Gegner. Ja. Ja, das ist ne echte Zeit. Oh. Von hier, Marcel, komm her, Marcel. Oder links war einer. Ja, Mann, Suisi, Marcel kann den übel den Headshot, oder? Ja, sag ich ja. Von hier, komm her. In der Schrauben dieser Holzdinger. Links, 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 Marcel. Komm mal raus, Marcel. Hast du da, ja? Genau da drin, da drin. Der piekt da die ganze Zeit raus. Wenn er sich die beweggebt, bin so... Oh. Hast du ihn gehört? Ja, ja, ja. Als sie schießen machte, er muss repetieren. Hab ihn, hab ihn abge... Hab ihn nochmal, nochmal. Er hat kein Schild mehr. Oh, mein Gott. Der ist so weak. Oh, dies Karos. Sprayed, sprayed Jungs. Er ist da runtergefallen, als ob der noch lebt, Digga. Zwei sind dran. Einer ist nach oben. Das stört das einfach genauso. Irgendwann, Muni, oder? Ich hab nicht mehr so viel. Hab ihn. Alter, nice. Nice. Da unten ist einer runtergefallen, finisht der. Finish, finish, finish. Ja, ich kann ihn nicht finishen, wegen dem Baum. Warte, ich guck. Sollen wir pushen? Sollen wir pushen? Der andere ist tot. Der ist tot. Okay. Der ist da grad noch im Leben. Sollen wir pushen gehen, oder? Warte mal, hier ist einer von dieser Halle. Warte, hier. Oh. Ach, schade. Oh mein Gott, diese rothaarige Forza, Mann. Warte. Oh Gott, das ist so knapp, Digga. Wir sind von der Zone her perfekt, Digga. Da liegt die, oder? Ist jetzt die da? Ich weiß es nicht. Weißt du, was du machen willst, Marcel? Komm mal rein. Warte, da ist die in der Tür, glaub ich, da. Weiten Strich musst du nehmen, unten. Als, als Dinge, quasi. Nein, diesen dünnen Strich. Achso, diesen, ja. Auf Mid-Range. Den nimmst du quasi, mit dem snipest du quasi. Ah, okay. Ey, die sind wieder da oben, Marcel. Boah, da geht so die Loots hier ab, Digga. Gehitet? Gehitet? Als ob ich die nicht gehitet hab, das ist ja unglaublich. So arrogant gequickscoped halt. Ja, wir sind halt von der Zone perfekt eigentlich, Digga. Ja, ja, ich würde auch. Wollen wir da hoch gehen, Massi? Oh. Ganz hoch. Ja. Ey, Massi, siehst du, dass ich knapp jemand daneben schieße? Seid ihr oben? Ich hab's grad nicht gesehen. Ich hab's grad nicht gesehen. Ich hab's grad bei Sweezy geschaut. Digga. Ich weiß nicht, ja. Oh mein Gott, Digga, er ist so explodiert, Digga. Komm her, Marcel. Komm mal her, Marcel. Rechts unten, da rechts unten ist einer, glaub ich. Ne, doch nicht, das ist ein Stein. Ja, ich kann nicht hoch bauen, weil sonst block ich dich. Komm's nicht hoch. Ja, warte, okay, dann... Einen Schuss will ich noch versuchen, weil ich weiß, dass der da ist. Ja, okay, warte, wo gehst du hin? Hier? Ja. Hast du noch AR-Monie? Ja, 40. Okay, warte. Boah, das ist kritisch. Habt ihr beide keine Monie, oder was? Ich hab noch übelst viel Stein. Soll ich lieber mit Steinen bauen? Was macht denn hier? Wollt ihr euch da komplett hochsorten? Warte mal, ich hab hier das Falsche. Ne, ich krieg hier grad gar nichts in, warte. Einfach ne Platte, wenn's nicht geht. Ja. Warte mal. Adana Platte. Okay, warte, ich hab jetzt hier... Kann ich hier irgendeins bauen? Ist oben vielleicht noch ne Kiste? Ist eigentlich guter Spot, Jungs, ne? Da ist so ne World War dahin. Ich kann's nicht drehen, wieso kann ich die Scheiße nicht drehen? Rechten Stick reindrehen, rechten Stick reindrehen. Äh, reindrehen, reindrücken. Warte, warte. Warte, hier, ich baue ein Zimmerwohnen, warte. Ja, das ist gut. Das ist nicht normal, Digga. Warte, wir haben jetzt so guten Blick auf die, Digga. Aber ich will eigentlich nicht so viel Muni verschwenden, Digga. Ja, das ist... Da ist so ne Kampf gerade, ne? Digga, wie viele sind da da? Guck mal, machst du bei mir? Alter, ja, ja, ja. Ich seh absolut drei Leute da und hinten. Da, guck mal, noch Teams. Alter, ja, ja, ja. Oh, soft, die einfach mit der Waffe weg. Ne? Ich hab keine Muni mehr. Ich hab nur noch 20 Schuss, ne? Ja. Ja. Wenn nicht, dann die sollen sich selbst bekriegen, Digga. Das schaffen die schon irgendwie. Aber ihr müsst jetzt langsam zu denen auch, ne? Hast du irgendeine Muni für mich? Ne, ne? Ja, ich hab 50 Dings hier. Ich würd einfach sagen, Jungs, ihr geht da jetzt runter mit Shotguns wie Männer. Und holt euch die Muni. Ich seh sie. Ja, warte. Boah. Oh, was ist das? Ich hab hier nicht gehittert. Ich bin so ein Go. Schafft ihr das euch runter zu bauen ohne... Wir haben... Ja, Digga, das sind so viele. 30, 30. Down, einer ist down, einer ist down. Ich hab jetzt keine Munition, mehr noch Shotguns. Ich würd jetzt hingehen, Jungs, weil jetzt wollen die healen. Wir kommen hier am besten runter. Einfach runter, Digga. Eigentlich, es gibt so eine Taktik, wenn du die Platte brauchst. Du musst doch einfach runtergehen, Digga. Echt? Ohne Damage? Ja, kann man sagen. Ja, von mir. Ja, ja, ja. Oh, hier sind so viele. Oh Gott, Digga. Dieses Haus ist das Horror-Haus, Digga. Fünf Gegner noch, fünf Gegner noch, Jungs. Fünd mir sofort der Raketenwerfer sneak. Ab. Hier ist ein Ska. Hier ist einer. Oh Gott, er gibt mir Raketenwerfer aus 1,50 Meter Entfernung. Ich bin so weak. Warte, ich geb mir Verbände. Alter. Wie viel leben jetzt noch? Zwei, Marcel? Ja, zwei, zwei. Ja. Wo sind die genau? Hier links von mir ist einer, Digga. Warte. Hast du den geholt, Suisi? Ja, ich hab ihn gepinisht. Ey. Hier, die sind hier, ich hör die. Bei euch, im Haus. Ja, die sind bei euch. Im Haus drin? Weiß es nicht, aber ich hör die ganzen Arbe. Nein, Falle. Falle. Ich glaub's nicht, warte. Komplett tot. Nee, 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 nee. Aber die kommen jetzt. Wollen Marcel finishen. Krieg ich schneller. Ich bin hier genau... Ich bin hier genau... Weiß... Ja... Du kannst nicht. Warte, 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 warte. Ich bin hier eigentlich... Nein, es kommt. Einer noch, Suisi. Lass den, lass den, lass den. Kill der Mate. Kill der Mate. Ja, wo ist sein Mate? Nein! Oh mein Gott, Digga. Ich weiß nicht, was abgeht. Ich weiß auch nicht, was abgeht. Willst du mich nicht retten? Geht es nicht? Ne. Willst du es nicht zulassen. Ich glaub, er rettet grad sein Mate, ne? Halt's auf. Ja, safe. Schau wie still es ist. Er kommt. Ne, der eine hat den Rest gegeben. Rette mich. Zwei sind doch besser als einer, Digga. Na klar. Ich hab ihn gesehen. Aber das Ding ist... Der weiß vielleicht gar nicht, dass ich noch da bin. Du retten, wenn du kannst, ja. Wo bist du, machst du denn genau? Direkt hinter dir, direkt hinter dir doch. Ach so, was hattest du? Das hattest ich auch nicht. Ja, Digga. Ich bin die ganze Zeit mit dir in einem Zimmer. Er kommt, er kommt. Nein, nein, du könntest ihn noch easy heilen, Digga. Ah jetzt, jetzt piekt er rein. Oh mein Gott, er macht Raketenwerfer rein. Soll ich irgendwo hinkriechen? Noch 20 Sekunden, also jetzt musst du anfänglich zu heilen, das war's das. Warte, er ist... Weak, er ist weak, er ist weak, komm, 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 komm. Genau so süß, ja man. Genau, gib ihm den Raketenwerfer hinter der Fresse. Digger. Unten links, unten links. Das ist... Ich weiß nicht, was abgeht. Wo ist der genau, Digga? Ist da unten links gewesen. Heal Marcel jetzt, ohne Scheiß. Ach, du musst jetzt heilen oder das geht nicht mehr. Wie denn? Ja, hab ihn doch, Digga. Let's go. Ja, mein erster Sieg. Wuhu. Oh, Digga, wie wir Paxen gemacht haben, Digga. Ich glaub, das war die heftigste Runde aller Zeiten auf Tilted Towers, dass es nicht mehr normal war. Wie viele Kills habt ihr? Zehn. Zehn. Alter, krass. Dann haben wir achtzehn Kills. Ich hab zwar nur zwei, zwei gestreit, aber egal. Alter, heftig, Mann, Digga. Eine kranke Runde, Mann. Schuss. Heftig. Boah. Okay, Leute. Der erste Win wurde eingefahren. Lasst auf jeden Fall ein Like da, würde ich mich drüber freuen. Checkt die Kanäle von den beiden Jungs ab. Gerade Sweezy hat jetzt hier zehn Kills, aber Marcel auch einmal richtig big, als wir beide down waren. Ich war schön im Rucksack. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.